die lobby ist ich weiß nicht warum jetzt sagst du ich hätte zwar gesagt in die lobby aber das habe ich nicht ja bloß bei mir das kamerabild geändert das ist wahrscheinlich falsch verstanden jetzt könnte bleiben jetzt wahrscheinlich so sterben dann noch 23 ja heute ist der wurm drin ich weiß nicht wollen dass wir heute liegt wir laufen halt auch wieder immer ins sandwich rein jedes mal da vorne bist du mit dem team beschäftigt dann kommen die von hinten obwohl wir aus dem gebiet gekommen sind weiß gar nicht wo die gekämmt haben jetzt mal jetzt auch nicht mehr als ich mich da mich nirgends mehr ein und hinterfeinden sollen sie feiern ich mache da kein schuss mehr und da kommen sie ja du bist angepimmelt ich habe einen genockt hat mich der andere genockt ja ich war halt ständig am heilen durch das ding was er dabei hatte durch das ding da egal wo der hingeschossen hat er hat mich immer getroffen also das ding ist immer mir in mir gesteckt da kannst du nix machen aber die hatten jetzt alle in die letzten drei vier runden kein nikais mehr dabei das stimmt die scherz sagt gar nichts mehr die steht einfach nur da wahrscheinlich macht sie noch was anderes die wohl die wahrscheinlich nervennahrung irgendwas süßes und das ich morgen erst was von kasper schießen jetzt schon wieder auf mich in der lobby ich habe den einen weg geschossen in den abgrund mit meinen knie ja es geht pico 90 dankeschön für den follower in abend und dankeschön das ist ja gut will durchgleich ändern dass man gelandet sind könnte es sein dass man welche dabei haben muss muss aber nicht ich gehe in das gelbe haus das gelbe haus müsste zu zweit ich habe keine rache hier im grünen haus ich habe keine rache hier im grünen haus ich habe es im grünen haus stepp so rum wollte ich sagen sorry alles gut aber da kommt einer noch jetzt bleibt doch stehen ich habe beide im grünen haus ich habe keine money meine güte da habe ich jetzt hier drücken hier durch die bluten oder ja also die obstkisten habe da wieder vergessen aufzumachen dass wir mit die großen sind nicht und haben will ich gehe mal den roten haus weiter brust ja brust nüsse geben blaue schilder da sind auch so pilze drin ich bringe auch ein bisschen was ich habe vier minis nur welche braucht er ist ein feuerbogen war es ok was ich habe gefällt ob alles ok ist ach so ja ja alles gut weil ich habe übrigens gehört dass ich ja irgendwie übergibt du keine ahnung was das ist das ist das ist das ist das sind so nebengeräusche von nicole die macht sie immer aufstoßen und bäuerchen und schluck auf und renn ja das auch brauchst da nicht mehr nachfragen irgendwann gewünscht dran hier vorne sind schüsse wir können da hin wenn ihr wollt äh ich habe keine munition das ist was ich sage ich habe 26 schuss in der tiste wo streiten würde ich da eigentlich jetzt nicht aber es ist egal die schon vor gelaufen das sind alle drei wir haben ja es ist in der gegner sind dass du steps hast ich glaube ich ich habe eigentlich noch der wollte euch von hinten holen das sieht auch komisch an aber ich habe einen hammer von hinten jetzt die kinder ey ja so das war das war was das war was ja ich bin da grad am rumlaufen die toll baut genau das Teil ab das genau wieder runter das geht noch immer noch ja ja aber der spät wird und schüsse ich mich aber erst mal panik schieben ich kann ich schon gesagt dass der gegner ist ich glaube auch nicht der hat geschoben ich kann es hier so ein blöder zum bilder bogenautomat was soll der blödsinn aber braucht doch kein mensch hier ich brauche ich bin normale wachen die für irgendwelche oben ja ich bin voll ich bin voll ich bin voll ich bin voll ja ich weiß von nichts Gott sei Dank haben wir so viel Spaß hier bei fortnite denn siegenmäßig siehs gerade echt mau aus heut ich weiß nicht was du meinst ja 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 kann halt nicht immer laufen wie gestern oder wie letzte woche gefühlt jede runde gewonnen haben hier ist ein sturm in villa ja da ist ja gar nichts ich meine schroffnen das weg da oben ist eine waffe die kollektiv werden was hier oben oder lkw hinfahren und dann drüber klettern ja ja das liegt hier oben habe ich ich habe mir nicht umgewerkt gepinkt die wollte sie glaube ich haben ja die war auch hier oben gepackt die lager auf dem boden schon hätte ich ja nicht hier ist ein sprengglock werden ich habe ein sprengt da liegt ein sprengt wenn man muss ohne schmeiße hier den bingel hin da kannst du den bingel hier mitnehmen dann nehme ich den sprengt damit oder mir hat sich auch ledig kann es auch ich habe dann nehme ich den bingel damit was da liegt gespray wir sind aber ein automater muss eine wache verbessert kann und das mache ich ja auch als du uns ja ich dann meistens neu ich mache auf dem west auf legendär sommer uns ein auftrag mal abfragen oder hinten an kümmelt oder weil nicht dass sie uns hinter uns überraschen die kommen ja aus der richtung hier gehen wir da gerne mal gucken danach laufen wir uns rein und dann hier kannst du noch mal heilen hier michelle nicole kommt ihr jetzt mal noch nicht so ich habe gefühlt jetzt die ganzen und meine heilungswaffe noch nicht bekommen ich glaube sie gibt es glaube ich nicht mehr durch die relativ erweiterung meine ich da kannst du auch die die heilungswaffe nehmen aber ich habe die realität noch nicht bekommen so auftrag geht mich selbst richtung ich habe keine ausgaben im auto hinfahren und die müssen sich jetzt irgendwo sein oder versorgt mich dann hat das die im gebüsch links sitzen nicht so bisschen weiter wir kommen wir kommen dann ist wahrscheinlich noch weiter gelaufen hier oben ja da oben ist gerade an einer fahrten tier getötet und bereit hier und einer auf dem reittier unten ja da hinten fliegt einer das war das kopf der ziel zwar ein auftrag aber da waren auch andere spieler hier ist eine grüne automatik schrotze ganz seltsam gelobet hier ist ein bisschen mit schlüssel wenn jemand braucht ich will eine dmr drin wieder dann der panzer faust und ne hier sind flaschen ich glaube du hast ja auch ein schlüssel ein bisschen langsam bist du da sind mal die epische ist ein bisschen besser als die normale das ist das ding dann ist der ding du bist du ding ich will auch einfach mal ich meine ich nehme sprung mit wenn ich spenden und ich habe busch krieger mit das wird aber dann würde ich fast sagen so hier in die richtung hier hoch oder am berg oben oder den berg als mal hoch weil bei 33 spieler in dem zone da kannst du davon ausgehen dass hier rumgepimmelt und gekämmt wird glaube ich auch sein also in der zone so viel spieler noch das ist ich weiß nicht so in dem spiel hast du keinen haben wir nicht wollen nein so aber wir haben keine deckung ich wollte ja bloß hier hoch wegen der position und gucken wo die ganzen spieler sind weil sie sind noch 31 spieler irgendwie irgendwo noch auf der map wo sollen die sein du hörst wieder nichts du siehst wieder nichts ja und dann du irgendwo bist kommt es aus allen richtern deshalb sage ich legen machen wir diesen werden geschossen ich halte mich raus da kommen uns alle angekümmelt aber jetzt hier oben trinkt war es ja auch geschossen da kommen sie hier kommt drei oder die sind uns auch nicht hier und mir wollte drauf schießen ja alles eine hier hinten kommt auch noch möchte dann haben wir ja da kommt ich habe keine muni mehr genau das neue ich werde von der anderen seite beschlossen von hier unten das nächste team hier unten muss mich freuen ich habe keine muss ich sag's doch nicht schießen shit ja die haben wieder ein k.i. dabei wenn wieder geschenkt wird von allen seiten hier kann ich niemand schlafen, ich bin tot, ich bin gleich weg, ich muss mich halten ja ich tippe ihn doch unfassbar es ging heute ein Stückchen irgendwo hin und zu uns ich muss gleich zum nahkampf rüber gehen und wieder ein k.i. komm her was denn da ehrlich na ihr müsst da weg, ihr seid ja in der schusslinie ja ich habe keine muni, ich habe gar nichts zu tun ich habe auch nur 20 schulden das lassen wir für heute, da mache ich keine runde mehr, das macht gar keinen Sinn da wird rumgepimmelt und rumgecampt das ist unfassbar da macht einer einen schuss und da kommen wir uns ja aus jeder ecke angerotzt da das nächste team bei mir ruck dir das an das stimmt doch nicht lecker also reicht für heute nur ja ich gehe raus das macht keinen sinn wenn dann vielleicht solo war ich noch eine runde aber bis heute ist dann verschwacht dann hören wir uns dann bis nächste woche viel spaß beim arbeiten tschüss tschüss tschau tschau euch zwei auch danke schön warte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020